Grüß euch, ich bin mit euch und heute gibt es wieder mal ein Videotagbuch von mir. Wie ihr wisst, ich bin ja jetzt unten und mir gefällt nach wie vor meine Unterwohnung extrem gut. Und ich sendiere dazu, dass ich vielleicht runterziehe und ich habe eh nur Wochen Zeit und schaue mir noch ganz genau an, weil das gehört ja gut überlegt und ich glaube schau, dass ich mal runterziehe. Und mein Spätsel war auch traurig, da war es. Und ich habe auch viel gedacht und ja, das war alles lustig. Und was ich am Wochenende tue, das weiß ich noch nicht. Und was soll ich jetzt am Wochenende machen? Schreibt es uns bitte mal in die Kommentare. Peter Greicher, Bernhard.